und fallschirm aber bitte nicht auf mir landen danke schön und gelandet dann mal schauen was haben wir denn das schönes helfer werden helfer komplex du bist nicht entlassen vorteil 9 hammer perfekt schafft platz für mehr gegenstehen definitiv perfekt 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 definitiv das war bitte nötig was haben sie denn für einen auftrag wir wollten sie ausschalten wurden aber erwischt jetzt hat der kult meine leute geschnappt es sind so viele mit denen werde ich nicht fertig hätte sie vor der sekte dann bringen sie zu einem waffen versteckt dass ich am fluss angelegt habe alles klar liebend gern und ist sogar gleich in der nirgendwo ihm mit dem käme für welche kann ich da eigentlich hin das machen so ist nur karte damit markiert abhaben haben sie mir auch in die geld verdienen oder müssen wir dann langsam aufpassen aber wir werden schaden für alle fälle also da passt dann hier da werden wir dann schon sehen da wären wir schon die ganzen tschukseln genau ich meine ich habe da jetzt noch angesehen gehabt der gefangene noch ein gefangener von da oder von da vielleicht aha sicher dass es dann der einzige sich hat mir jetzt gott der er voll im wäsch eingebildete die siegner wahnsinn oh fack au rücker schießen gegen die er wahnsinn das super das hingegen hieß hat mich nicht gesehen der VIP hat es drauf wechsel 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 einfach nur noch den Penner fertig und dann haben wir es den Penner noch fertig aber nicht so oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott nicht so wir brauchen die Geiseln das ist jetzt sowas von schief gehen können nein nein okay perfekt und anlässig feigt hey gute Information Wildschwein leider nix wichtiges aber immerhin aha anscheinend ist da noch einer warte befreien wir gleich mal alle einmal ha warte kurz wo soll man denn da schien es oh da kann man schon plündern Koffer Koffi Oklo was da hat der Typ jetzt ernsthaft eingekillt ich nehme mal an ja das war es das war es also nur zwei alle hinter mir ja wenn's geht bitte Dankeschön passt holy shit ähm du könntest du wieder machen Dankeschön damit wir weiter gehen können das war es auch immer noch nicht so gut noch einer alles klar da wo er zeigt er hat er geschissen ganze Zeit hinterm Baum ein Wahnsinn geht das rüberschwimmen oder nicht nehmen wir an die schaffende Schuhe rüberschwimmen ja weiß gute Jungs frag mich ob die auch klettern können und so aber wir müssen mal zu unserem Örtchen ja jetzt brauchen wir das Butter nimmer das Butter wär am Anfang besser gewesen schön 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 fuck 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 ich kann dich nicht mal bewegen oder passt und heutin perfekt könnt ihr gut gebrauchen hihi und da ist euer Sturzpunkt bitteschön und ich tue mich da gerne mal vollfüllen nice 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 sonst noch irgendwelche Fragen wirst du vielleicht fragen da kann man dich nur rekrutieren oder einfach nur so was du darum musst entschändigt nachlernen und gehen mal also dann schauen wir gleich weiter Go